Friedrich III. von Zollern war Graf von Zollern sowie als Friedrich I. von Nürnberg Zollern Burggraf von Nürnberg. Er war der erste Nürnberger Burggraf, der aus dem Haus Hohen Zollern stammte. Leben Friedrich war der dritte bekannte Vertreter mit diesem Namen unter den Grafen von Zollern. Er war der Sohn oder Enkel des um 1142 gefallenen Friedrich II. von Zollern. Nachgewiesen ist Friedrich I. seit 1171 als Parteigänger der Staufer. Von besonderer Bedeutung erwies sich die Heirat Friedrichs, dessen Besitz an der schwäbischen Alp lag, mit Sophia von Raps. Der Erbtochter der Burggrafschaft Nürnberg, mit diesem Amt wurde er daher von Heinrich VI. vermutlich noch im Jahre 1191 belehnt, womit er die fränkische Linie seines Hauses begründete. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts bezeichnete sich diese Linie dann als Hohen Zollern. Nachkommen Aus der Ehe mit Sophia gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Konrad I., 1218 Burggraf von Nürnberg. Friedrich IV., 1200-1218 Burggraf von Nürnberg. Elisabeth Lemneskate Gebra III., Landgraf von Leuchtenberg. bloodshade Gärtenberg. Vielen Dank.